Sura 54 Al-Qamar Der Mond Offenbart zu Mekka 55 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich gespalten. Doch wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen, das ist ein ewiges Zauberwerk. Und sie leugnen und folgen ihren Gelüsten. Doch alles steht endgültig fest. Und zu ihnen kamen schon einige Geschichten, die abschreckende Warnungen enthalten. Vollendete Weisheit. Allein selbst die Warnungen richteten bei ihnen nichts aus. Darum wende dich von ihnen ab. Am Tage, an dem der Rufer sie zu schlimmen Geschehen rufen wird, werden sie mit niedergeschlagenen Blicken aus den Gräbern hervorkommen, als wären sie weithin zerstreute Heuschrecken. Und sie werden dem Rufer entgegeneilen. Die Ungläubigen werden sagen, das ist ein schrecklicher Tag. Vor ihnen schon leugnete das Volk Noas. Ja, sie leugneten unsere Diener und sagten, er ist ein Besessener. Und er war eingeschüchtert, da betete er zu seinem Herrn. Ich bin unterlegen, so hilfst du mir. So öffneten wir denn die Tore des Himmels dem strömenden Wasser. Und aus der Erde ließen wir Quellen hervorsprudeln. So vereinigte sich das Wasser zu einem beschlossenen Zweck. Und wir trugen ihn auf einem Gefüge aus Planken und Nägeln. Es trieb unter unserer Aufsicht dahin als Belohnung für denjenigen, der Undank geerntet hatte. Und wir machten es zu einem Zeichen. Gibt es also einen, der daraus eine Lehre zieht? Wie waren denn meine Strafe und meine Warnung? Und wahrlich, wir haben den Koran zur Ermahnung leicht gemacht. Gibt es also einen, der ermahnt sein mag? Die Art verleugneten die Warner. Und wie waren denn meine Strafe und meine Warnung? Wir sandten gegen sie an einem unheilvollen Tag einen eiskalten Sturmwind, der ununterbrochen wütete. Er raffte die Menschen dahin, als wären sie Stämme schon entwurzelter Palmen. Wie waren also meine Strafe und meine Warnung? Und wahrlich, wir haben den Koran zur Ermahnung leicht gemacht. Gibt es also einen, der ermahnt sein mag? Die Tamut verleugneten die Warner. Und sie sagten, wie? Einem Menschen aus unserer Mitte, einem Einzelnen, sollen wir folgen? Dann befänden wir uns wahrlich im Irrtum und in brennender Pein. Ist die Ermahnung ihm allein von uns allen gegeben worden? Nein, er ist ein unverschämter Lügner. Morgen werden sie erfahren, wer der unverschämte Lügner ist. Wir werden die Kamelstute als eine Prüfung für sie schicken. Darum beobachte sie und harre in Geduld aus und verkünde ihnen, dass das Wasser zwischen ihnen geteilt sein soll, also soll jede Trinkzeit eingehalten werden. Doch sie riefen ihre Gefährten und er packte sie und schnitt ihr die Sehnen durch. Wie waren also meine Strafe und meine Warnung? Wahrlich, wir entsandten einen einzigen Schrei auf sie und sie wurden wie Dürre zertretene Stoppeln. Und wahrlich, wir haben den Koran zur Ermahnung leicht gemacht. Gibt es also einen, der ermahnt sein mag? Das Volk Lotz verleugnete die Warner. Da sandten wir einen Steinregen über sie. Ausgenommen davon war die Familie Lotz, die wir vor dem Morgengrauen erretteten, als eine Gnade von uns. So belohnen wir den, der dankbar ist. Und er hatte sie in der Tat vor unserer Strafe gewarnt, sie aber stritten mit ihm und stellten die Warnungen in Frage. Und sie versuchten ihn zu überreden, ihnen seine Gäste auszuliefern. Daher blendeten wir ihre Augen und sprachen, kostet nun meine Strafe und meine Warnung. Und in der Morgenfrühe ereilte sie eine dauernde Strafe. So kostet nun meine Strafe und meine Androhung. Und wahrlich, wir haben den Koran zur Ermahnung leicht gemacht. Gibt es also einen, der ermahnt sein mag? Und dem Volke Pharaos kamen ebenfalls die Warner. Sie aber hielten all unsere Zeichen für Lügen. Darum erfassten wir sie mit dem Griff eines erhabenen Allmächtigen. Sind die Ungläubigen unter euch etwa besser als jene? Oder habt ihr in den Schriften einen Freibrief? Oder sagen sie etwa, wir sind allesamt eine siegreiche Schar? Die Scharen werden alle besiegt werden, und sie werden in die Flucht geschlagen. Nein, die Stunde ist ihr Termin. Und die Stunde ist noch unheilvoller und bitterer. Wahrlich, die Schuldigen befinden sich im Irrtum und in brennender Pein. Am Tage, wo sie auf ihren Gesichtern ins Feuer geschleift werden, heißt es, fühlt die Berührung der Sakkar, der Sengenden. Wir haben jedoch ein jegliches Ding nach rechten Maß erschaffen. Und unser Befehl gleicht einem einzigen Akt so schnell wie ein einziger Augenblick. Und wir haben bereits Leute wie euch vernichtet. Doch gibt es wenigstens einen, der ermahnt sein mag? Und alles, was sie getan haben, steht in den Büchern. Und alles Kleine und Große ist niedergeschrieben. Wahrlich, die Gottesfürchtigen sind inmitten von Gärten, an Bächen, in einem würdigen Wohnsitz, in der Gegenwart eines mächtigen Königs. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!